Zusammen waren wir in den letzten drei Jahren laut. Fürs Klima, für Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Auch ich bin zusammen mit euch gewachsen. Und deswegen bin ich sicher, wir sind noch lange nicht am Ende. Wirkliche Veränderungen, die gibt es nur mit starken Grünen im Deutschen Bundestag, weil wir der Game Changer sind. Deswegen lasst uns nächstes Jahr echt zusammen was reißen. Mein Name ist Lisa und ich bewerbe mich wieder als RK-Daten im Wahlkreis in Manberg-Forschheim als eure Stimme in Berlin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017